hallo liebe actionfreunde wir wissen alle um das schicksal unseres lieblings stop langsam helden bruce willis der hat sich aus dem filmbusiness zurückgezogen zuvor aber noch zig filme auf den weg gebracht sozusagen als abschiedstor von der wir wie es aktuell aussieht wohl noch bis ins nächste jahr hinein etwas haben werden ich habe an der stelle schon über viele dieser film abgerentet durfte zuletzt aber mit corrective measures und white elephant zwei für mich überraschend gute filme vorstellen die links zu den besprechungen findet ihr da oben und glaubt es oder glaubt es nicht der hierzu besprechende wrong place ist die nächste überraschung allerdings nicht wegen seiner filmischen qualitäten stattdessen ist es endlich einmal so dass bruce willis bei einer emmett förler und oasis produktion nicht nur aus marketing gründen als hauptdarsteller auf dem cover prangt und dann tatsächlich nur zehn minuten mitzuspielen nein in wrong place ist er tatsächlich eine von drei hauptfiguren und den gesamten film über präsent und so fühlt sich der film tatsächlich wie ein echter bruce willis film man allerdings kein guter worum geht es das leben des polizisten frank ändert sich innerhalb einer woche dramatisch erst wird bei seiner erwachsenen tochter chloe krebs diagnostiziert dann verunglückt er mit seiner ehefrau wobei diese den flammentod findet im vorfeld hatten frank und seine frau aufgrund der fatalen diagnose für die tochter etwas alkohol konsumiert um den kummer zu verdrängen dies wird frank zum verhängnis er wird wegen fahrlässiger tötungen verurteilt infolgedessen verliert er obendrein sein job ein jahr später hat frank etwas ruhe in sein leben bekommen und beginnt einen neuen job als sicherheitsmann im örtlichen im örtlichen fandhaus frank ist noch keine woche in seinem neuen job tätig da hört er im laufe seines dienstes seltsame geräusche als er nachschaut platzt er in eine situation in der ein typ einem anderen ein kopfschuss verpasst frank ballert dem schützen ins knie und ruft die cops ob schon er alles richtig gemacht hat verhält sich die polizei bei ihm gegenüber seltsam die waffe des angeblichen mörders wurde nämlich nicht gefunden dass frank ihm ins bein geballert hat wird ihm auch negativ ausgelegt nichts was eine ballistische untersuchung der kugel im kopf des ermordeten nicht richten könnte denkt zumindest der zuschauer wrong place zieht den joker gar nicht erst wäre ja auch der dramatik abträglich egal auf jeden fall wandert der eigentliche mörder erst einmal ein wie sich herausstellt hat dessen sohn die mordwaffe am tatort verschwinden lassen war er doch an einer hetzjagd auf den ermordeten beteiligt die dem verbrechen vorausging vater und sohn hacken nun einen plan aus wie sie den vater wieder frei bekommen dazu gehört den unliebsamen zeugen auszuschalten das soll der sohnemann erledigen was der nicht ahnen kann als er ins haus von frank eindringt ist dessen tochter gerade zu einem kurzbesuch vorbeigekommen und so hat er plötzlich chloe und nicht frank vor der flinte obendrein erweist sich franks tochter als dem gedungenen verbrecher geistig weit überlegen ich habe euch den drehen zum film da oben verlinkt das aus dieser grundsituation entstehende handlungsgerüst ist die pure ansammlung sattsam bekannter klischees mit einem großen unterschied im gegenteil zu ähnlich gelagerten fullern ist der bösewicht in wrong place dump as fuck und muss sich wirklich fragen lassen wie er bis zum starten der uns präsentierten geschichte alleine überleben konnte der vollidiot nennen wir ihn einfach wie das drehbuch jake verläuft sich im mini laubwald und rennt hier unten er labert nur scheiße ist zu doof irgendeinen charakter auch nur ansatzweise tödlich zu verletzen egal wie oft er auf ihn schießt und leistet sich wirklich einen bock nach dem anderen das schlimmste dieser vollidiot ist die einzige bedrohung für frank und chloe ein typ der vermutlich sogar zu doof ist die klettverschlüsse an seinen turnschuhen zuzumachen ihr könnt euch sicherlich vorstellen welche verheerenden konsequenzen dies für die spannung des filmes hat richtig selbiger ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden man sitzt erfassungslos vor der klotze und fragt sich wie jake es schafft sich nicht selbst zu killen und warum frank und chloe zu doof sind ihn abzumurksen wrong place könnte nun wirklich die die innovativste und geilste story ever erzählen der film wäre trotzdem scheiße einfach wegen jake beständig hofft man infolgedessen dass die häufiger erwähnte biker gang die von jake und dessen vater angeführt wird auftauchen möge aber das tut sie einfach nicht jake bleibt bis ins finale der einzige gegner von frank und chloe und da dem nichts passieren darf weil der film ja sonst vorbei wäre passiert halt im film auch nichts fluchtversuche von chloe enden direkt nach dem fluchtgedanken physische konfrontation zwischen frank und jake gibt es nicht andere figuren im film etwa chloe's freundin oder der neue sheriff in town dürfen aus unerfindlichen gründen auch nicht verrecken und ja so wird wrong place länger und immer länger zumindest wird bruce will es wirklich bemüht man meint zu spüren dass ihn die lange screen time fordert er muss nämlich auch wirklich sehr viel text transportieren und wirkt genau da sehr bedächtig und überlegt und beinahe langsam aber es macht zumindest spaß ihn wieder länger zu sehen und seine ruhige art passt auch gut auf seinen souverän angedachten charakter in einigen momenten mit ashley green die seine tochter ordentlich aber auch alles andere als überragend spielt hat er zudem ein paar wirklich schelmische momente dazu kommt dass der film selbst seinen hauptdarsteller immer mal wieder abfeiert etwa wenn er den lump erwähnen lässt das will es zur falschen zeit am falschen ort sei was ja schon im film titel referenziert wird in einigen szenen in denen will es charakter durch die gegend rennt oder mal durch irgendwelche röhren kriechen muss übernimmt sichtlich ein in größe und stadt ja statur überhaupt nicht passendes dubel dennoch macht will es auch mal wieder mehr als in den anderen film die als letzt abgeliefert hat er sitzt also nicht nur in irgendeinem stuhl in der gegend herum und labert irrelevantes diese etwas längere und diese ausführlichere will es show macht von place zwar nicht zu einem guten film aber sie macht ihn sagen wir mal erträglicher zumal der film auch ein paar kleinere gute momente hat etwa wenn zu beginn die routine in franks neuem job bebildert wird ansonsten fehlt dem film aber eine menge um ihn unter als um ihn als unterhaltsam bezeichnen zu können es fehlt wie bereits erwähnt an spannung an fieswichten an guten dialogen einer involvierenden handlung und vor allem ein action wenn hier geballert wird dann absolut statisch es fehlt an dynamik an bewegung und an vorwärtsdrang dazu passt die äußerst gediegene viel zu ruhige und vor allen dingen auch langweilige inszenierung selbst in der geerdeten eher kalten optik gezündeten thronen flüge sind stink langweilig ab und an ertönt zumindest ein richtig guter action score man fragt sich nur was der soundtrack maestro da wirklich vertont haben will es kann ja nicht von place gewesen sein und damit zu einem kleinen fazit wrong place ist ein stink langweiliger thriller von der stange der weder in sachen spannung tempo oder action zu punkten vermag dazu gesellt sich der wohl behämmertste bösewicht aller zeiten der muss die episch dümmsten entscheidungen der jüngeren filmgeschichte treffen und verhält sich so bescheuert dass er dem dem thriller so viel unfreiwillige komik ein impft dass man ihn einfach nicht ernst nehmen kann das ist vor allem deshalb so schade weil wrong place endlich mal wieder ein echter bruce willis film ist in dem der mime beinahe die gesamte laufzeit hinweg präsent ist und ob schon man ihm ansieht dass ihn das enorme pensum fordert macht er einen absolut grundsoliden job und sorgt dafür dass man das ergebnis eigentlich gut finden will eigentlich das macht am ende 1,5 von fünf möglichen bruce willis unterhemden über eine deutsche veröffentlichung ist mir bislang nichts bekannt das review basiert auf der uk dvd von dem label vertical diese präsentiert den harmlosen thriller ungeschnitten mit einer freigabe ab 15 und ja die ist eher auf die sprache denn auf die gewalttätigkeit zurückzuführen so bleibt mir nur noch euch viel spaß mit wrong place zu wünschen man weiß ja nie alle filme von bruce willis besprechen wir auf actionfreunde.de über das spätwerk des actionstars aber auch über seine echte hochphase diskutieren wir auf www.liquid-love.de slash forum wir sehen uns da oder hier bei der nächsten kritik ciao ich so doch ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020